Dann zurück zu Dicks Position und dann rechts. Hast du einen roten Laser? Nee, ne? Nee. Ja, dann sind hier unten irgendwelche. Hier und dann rechts? Ja, du hast doch schon einmal gerade gefunden. Dann musst du den Hebel und dann läuft so. Ja, ich hätte es euch ja gerne gezeigt. Ja, ich fährt auch schon mal. Das ist das Problem hier gerade, was ich habe. Alter, wir schmeißen hier die Granaten. Die Leute, die wissen ja nicht, dass wir Hedgling sind. Hier bin ich. Ich bin links von dir. Ich steh bloß das Randa. Scheiße, ich geh sterben. Wie witzig. Schaut sich da wieder keiner rein zu laufen. Nee, die wissen ja nicht, was ihr für krasse Freaks seid. Nee. Die gehen wahrscheinlich davon aus, dass wer sich da rein traut, ist wahrscheinlich ein dicker Boy. Ja. Dicker. Und wir mit der Pistole hier nur ein. Das sind zwei Leute, glaube ich, ne? Einer ist links, einer ist rechts. Nein, das wollte er doch. Macht doch nichts. Er sieht mich ja nicht. Juni, der Altine. So many Bitcoins hier. Rote Bitcoins. Nice. Hörse. Hör dich. C2, komm rein hier. Sterben für Tarkov. Ah, tot. Sterben für Tarkov. Komm, jetzt denkt er wahrscheinlich, ich hab das gesagt, weißt? Ich auch. Ja, okay. Tagila ist pop. Oh Mann, Level 28 hab ich erschossen. Mhm. Ich hab wirklich nicht geschaltet. Sieht der einen nicht, dass ich hab, das ist so froh, äh, weil das dunkel ist, weiß ich. Der macht doch Geräusche und alles. Ja, ich hab gar nichts, ich nehm Saliva und so, lässt du auch immer weg, ne, bei so einem Hatchling? Ja, alles. So. Die Pemum gefunden, 30 Schoß. Ich hab mir überlegen, wenn ich damit baller, ne? Ja. So, ähm, ob ich nicht, ob ich lieber die Flash nehm, oder ob ich lieber so Slug nehm, mit zwei Stück, die dann voll reinboxen, weißt? Was sagst du, Toni? Na ja, ich will billig gehen, ne? Ja, das ist, ja, das ist, ja. Wichtigst, dass hier Markschild kann ich regeln. Ich bin ja schon da. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, dieser ist ja. Ja, dieser ist ja. Wichtigst, denn? Ja, das ist ja. Zieht. dr executives. Zieht. Ok wir können wieder rein, ich bin ready. Geht gleich los, alle. Jetzt muss man stark umheilen. Das ist das Magazin, da hab ich noch ein paar Schuss mit. Ok, jetzt geh ich ohne Mike rein. Hier den einen Schlüssel den ich hatte, ich glaub den verkauft für 50. Wo wollt ihr rein? Ich bin schon einmal drin. Wollen wir auf die Reserve nochmal stecken? Ja, lass einfach gucken. Warte ich komm sonst, ich bin gleich raus. Oh ok. Hauen wir uns nochmal die Tasche voll. Ich hau den Ton nicht voll. Um. Ja. Um. Ja. 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 Yeah. Okay, ich bin raus. Oh, Run-Transfer, Scheiße. Ja. Egal. Gut, dann zack. Zack, Reserve, 11 Uhr. Japp. Mit Haus. Wie die? Ja, Toni sein Danilo, ey. Danilov heißt er, ja. Vor allem sieht er auch echt fast so idiotisch aus, ne? Ja. Mit Glatze noch. Hast du wieder andere Klamotten an bei dir, Toni? Nö, ich habe das Standard-Oberteil und die Hose, aber die ich ja geändert hatte. Ich habe nur dieses Armband, das von Bears, habe ich mal gefunden. Habe ich gedacht, verkaufe ich es für 200.000 Rubel oder ziehe ich es an? Ah, angezogen. Ich habe auch eins von Laps. Echt? Ja, aber es ist auch nur 100.000 oder so. Ich habe noch nie so ein cooles Armband gefunden. Oh, ich hatte mal auch ein richtig teures, glaube ich. Evasion oder so. Das ist ja auch so ein Streamer-Item. Das hatte ich auch schon mal. Jusek von Jusek, das ist viel wert. Ja. Das ist gar nicht, wie ich da damals gefunden habe. Oh, ich... Ja, könnte sein. Irgendwie für Trivals oder irgendwas. Ich habe extra so eine dicke Softshell-Jagre an. Die musst du auch nicht Patronen ablenken. Ja, ja. Nein, nein. Wenn du getroffen wirst, dann siehst du nur, wie so Federn fliegen. So, pff, pff. Und dann kannst du auslatschen. Ah, ich bin skinny. Ich bin skinny. Denken so, oh, geil, so ein Bauchschuss. Voll vorbei. Nee, ich habe extra so etwas drin, wie bei John Wick, weißt du? Dürfen sie mich nicht aus der Latsch... Die dürfen mich gar nicht aus dem Latschuh schießen. Ich habe auch eine Knochenplatte vorne, so. Das hat man Stirn. Aber dass die nicht gequatscht haben. Vorhin. Vor allem mit so meinen Bitcoins sind Stippen. Los, komm rein jetzt hier. Hast du? Ja. Noch schnell mal Theresa. Komm rein jetzt hier. Mach nicht. Ich stehe ihn für den Tag auf. Komm her. Ja, genau. Wir sind nur zwei Hedg-Schlänge. Und hörst du, weißt du, da steht auf der anderen Seite der Mauer und hörst ihn so in so einem Alt-Team-Helm an, weißt du? Echt? Echt? Komm her jetzt, komm her jetzt. Ja, da hat er jetzt bestimmt geweint. Ja, ich hab's ja. Aber seid ihr jetzt gestorben, oder? Ja, ja. Ja, ja. Was hat er euch erschossen mit was? Hab ich nicht geguckt. Ich auch nicht. Aber der, auch im Dunkel, der kam rum, putz, mir gleich einen Kopfschuss gegeben. Also der weiß direkt, wo man ist. Ja, wahrscheinlich kennt er so die Position. Der spielt ja nicht das erste Mal, wie gesagt. Ja, ja. Der kam rum, popow, zwei Schuss ins Gesicht gekriegt. Eins fort noch irgendwie abgelenkt von meinem Face-Shield oder irgendwie so. Ah. Der hat sowas von weggecheatet. Oh, gleich ins Gebäude hin, oder? So, Doppelschuss ist an. Das sieht aus. Drei fucking Hedg-Schlänge, weißt du? Dauern. Haha, geht rein da. Oh Gott, Apollo-Zigaretten nur. Ja, hast du gesehen. Warum alle sprinten, so weitersetzen. Ich muss da ran, ich muss da ran. Duell muss schnell sein jetzt. Die Taschen voll machen. Ich habe eine AKS-Schläge gefunden. Kapus-G-Foam. Oh, ein 45er-Marizin-Großes. Und eine A-Dar, eine neue. Ich habe eine A-K-A-Dar gefunden. Meine Schrot wird weggeworfen. Oh, geht doch noch nach oben. Ja, ja. Draußen sind noch Waffenteile und so. Ja. Das war doch hier auch, wo der eine Typ zu dir gesagt, äh, wo du gesagt hast, wir nur zum Looten. Ja. Ja. Äh, ich glaube, da kommt einer gleich hoch. Ja. 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 Wo war der? Wo war der? Hier unten. Unten, genau. Welche Richtung? Nee, der war unten in der, äh, in der Garage hier drinnen. Bist du hier oben ein Scope rum für die A-Dar? Ja, hab eins. Ich habe mir gerade die Beine gebrochen. Echt? Ja, ich wusste nicht, wie tief das ist. Seid ihr oben? Ja. Ich bin jetzt in der Mitte. Ich bin in der Garage. Ich komme runter. Der ist hier in dem kleinen Raum in der Garage drinnen. Äh. Was? Ich habe einen mit der Pistole erschossen? Guck mal, hier ist noch einer drinnen. Ich habe einen. Es sind drei. Einer ist da noch drinnen in der Garage. Schießst du da gerade? Ich bin, ich bin Treppenaufgang gerade. Irgendeiner schießt hier auf mich. Ich habe einen. Ich habe, ich glaube ich auch. Was? Los, komm raus hier. Ich, ich bin, ich gehe, ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Ja, ja. Wer ist das denn hier? Das bin ich. Nein. Ach so, äh, Super Alex, 28 mit der Pistole. Hätte ich das gleiche vorgehabt wie wir auch. Auch so eine Hedgelingrunde. Ja, der eine auch da, den ich erschossen habe. Die hatten auch nicht so viel mitgehabt. Ich bin aber so verletzt. Ich habe einen Pistolenkühl gemacht. Krasse Scheiße. Wo seid ihr? Ich bin jetzt draußen auf dem Vorhof. Wieder in der Garage. Ja, gehe ich auch gerade hin. Ich schleiche aber, ich muss. Ich habe beide Beine gebrochen. Ich blute. Ich habe nur ein kaputtes Bein. Okay. Hast du ein Mähdeck gefunden? Nein, leider nicht. Ich gucke gerade. Ich bin bei den LKWs drin. Gehe in den nächsten Raum durch. Mhm. Da, wo die Fitnessgeräte stehen. Brauche ich nicht. Nein, ich weiß, du bist stark genug, aber. Hier ist ein Mähdeck. Echt? Ja, ich komme zurück. Ich bin hier bei den LKW. Mit, ja. Da, okay. Ich meiß ich dir hin. Da. So, bleib mal was essen. Ich gebe alles noch Punkte. Ich bin im nächsten Raum drinnen. Okay. So, ich komme jetzt zu weit dahinter her, aber ich kann nicht rennen. Hier ist gecleared. Hier ist ein Ausgang. Doch, hier ist ein Ausgang. Du darfst aber keinen Rucksack haben. Nee, achso, den Dinger habe ich nicht. Okay. Okay. Ich schleiche mal vor, ne? Ja. Hier habe ich schon mal gehabt, da bin ich als Setschen hier reingelaufen und da waren da zwei Leute drin. Oh. Komm rein. Schön geräumig. Ich mache mal auf. Bewege dich nicht so schnell, ne? Das ist geil. Mach zu. Ah ja, ich habe einen fetten Filter. Wer hat noch Platz dafür? Jetzt findet man sowas, ne? Echt. So. So. Ich gehe dann raus, weil... Du meinst, du schleichst raus. Ja. Hells wieso hat der Sanicat-Tate fast gerade eine Million. Alter, wie lange brauchst du hier, um uns zu extrakt machen? Und... Ich bin auch aus... Ich auch. Ja. Aber du hast es erschossen, Sil? Na ja, unten in der Garage habe ich einen erschossen und im gleichen Raum stand noch einer. Das war so richtige Maddin-Aktion eigentlich. Das war... Das war's so richtige.